Herzlich willkommen zur ersten Folge von Ring der Zukunft, der Podcast der Stiftung Werner von Siemensring. Mein Name ist Carmen Henschel und als Moderatorin und Unternehmerin beschäftige ich mich seit Jahren mit Zukunftsthemen. Und ich bin davon überzeugt, Zukunft passiert nicht einfach, sondern wir erschaffen sie. In diesem Podcast treffe ich auf echte Zukunftsgestalterinnen, außergewöhnliche Persönlichkeiten aus Forschung und Industrie, die Lösungen für die Welt von morgen entwickeln. Wir werden einen Blick über ihre Schulter werfen und etwas über den neuesten Stand ihrer Forschungsprojekte hören. Und ich freue mich direkt auf unseren ersten Gast. Er arbeitet beim DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dort leitet er die Abteilung Autonomie und Fernprogrammierung. Und wenn man mit ihm spricht, dann merkt man schnell, er rennt wirklich für das, was er tut. Und deswegen überrascht also nicht, dass er für seine Arbeit bereits mehrere Auszeichnungen erhalten hat. Seine Vision für die Zukunft klingt ja auch mehr als spannend. Roboter sollen künftig nicht mehr nur Werkzeuge, sondern viel mehr intelligente Kollegen für die Raumfahrt und Gesellschaft werden. Ich sage herzlich willkommen, Dr. Daniel Leitner. Hallo Daniel. Hallo Carmen. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, du hast einen großen Plan, den haben wir ja schon zu Beginn kurz gehört. Roboter sollen künftig nicht mehr nur Werkzeuge, sondern viel mehr intelligente Kollegen für die Raumfahrt und Gesellschaft sein. Wie passt das zusammen? Das eine stelle ich mir hoch technologisch vor, das andere ist mittendrin in unserem Leben, mittendrin im Alltag. Wofür werden diese Roboter eingesetzt? Erzähl doch mal. Ja, was erstmal irgendwie widersprüchlich klingt, passt wirklich wunderbar zusammen. Ich sage immer, ich mache Forschung für Weltall- und Wohnzimmer, denn die Roboter, die wir einsetzen, das sind Humanoide oder Teilhumanoide, also Roboter mit Armen und manchmal Beinen, öfter aber eigentlich Räder, die auf dem Mars zunächst dafür eingesetzt werden sollen, um dort Habitate aufzubauen, Infrastruktur aufzubauen, Energieversorgung, Wasserversorgung, alles, was man dort zum Leben braucht. Aber solche Roboter können auch auf der Erde nützlich sein, zum Beispiel für die Assistenz in der Pflege, vielleicht auch für die Assistenz in Laboren. Und die Steuerung ist auch ein wichtiger Punkt, der die Einheitlichkeit darstellt oder womit man dann auch sieht, dass die Roboter auch wirklich gut genutzt werden können. Wie steuert man denn so einen Roboter? Also wie wird er vom reinen Werkzeug zum echten praktischen Kollegen? Genau. Ja, das ist nämlich so ein Punkt. Wir haben eigentlich eine Steuerung entwickelt, die wirklich auf so einem Tablet läuft oder vielleicht sogar auf dem Smartphone aus Platzgründen, weil im Weltall hat man nicht so viel Platz. Man kann auch nicht so viel mitnehmen. Alles, was man ins Weltall schickt, ist teuer, weil es ist natürlich irgendwie Masse. Und deswegen haben wir uns überlegt, ja, wäre es denn irgendwie möglich, nur so ein kleines Touchscreen zu haben oder einen Computer, den die Astronauten sowieso schon mit dabei haben. Und man klickt eigentlich, wie man das kennt, so vom Smartphone, auf Objekte, auf Icons und sagt dem Roboter dadurch, was er zu tun hat. Und als wir das das erste Mal auf der Raumstation ausgeführt haben, war das so einfach, dass der erste Astronaut, der es getestet hat, gleich noch zwei andere rübergeschickt hat. Die sind dann quasi rübergeflogen, haben sich das angeschaut, haben kurz draufgeguckt, haben gesagt, oh, wunderbar, ich schicke den Roboter jetzt mal das hier machen. Und dann meinte der Paolo Nespoli, der italienische Astronaut, super, ich könnte mir auch vorstellen, den so einkaufen schicken zu gehen. Und in dem Moment kam uns die Idee, dass wir das doch eigentlich dann auch nutzen könnten, diese Intuitivität und die Roboter auch einzusetzen für, ja, für Assistenz in der Pflege. Also stell dir vor, da ist eine Pflegekraft, die kommt in ein Haus von einer zu pflegenden Person und muss dort erstmal den Pflegekatalog abarbeiten. Ja, die Interaktion mit dem Menschen steht im Vordergrund, das macht dann der Mensch, aber gleichzeitig könnte diese Pflegekraft auch noch einen Roboter instruieren, die Küche aufzuräumen, die Pakete noch zusammenzupacken, vielleicht nochmal kurz durchzuwischen, all das, was eigentlich nicht im Pflegekatalog auftaucht. Und so passen dann wirklich diese, der gleiche Roboter könnte dann genauso gut auf der Erde, aber auch im Weltall arbeiten, mit der gleichen Steuerung. Ja, das ist fantastisch, denn du arbeitest dann ja wirklich am Schlüssel zur Lösung einer unserer großen Herausforderungen, nämlich wir haben zu wenig Servicekräfte und Roboter, ich sag mal, im Schulterschluss mit Menschen können da der passende Schlüssel sein, oder? Ganz genau, ich denke, Robotik ist die Zukunftstechnologie zusammen mit KI, die wir jetzt aktuell sehr, sehr, sehr stark im Kommen sehen. Ich möchte dich jetzt gerne mal direkt an deinem Arbeitsplatz besuchen, also am DLR, im Institut für Robotik und Mechatronik. Es ist, sagen wir mal, ein klassischer Montagmorgen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert, wenn du uns die Tür öffnest beim DLR? Was machst du dann? Ja, also ich bin eigentlich ganz gerne einer der Ersten, der ins Büro kommt. Heute mehr ins Büro, denn damals ins Labor. Aber ich gehe trotzdem immer noch gerne in die Labore rein und mache das Licht an. Das heißt, welche Uhrzeit, wenn du sagst, du bist so früh da? Ja, so ab 8. Okay, alles klar. Genau. Und mache das Licht an und gehe zu den Robotern einmal hin, schaue noch, was die Kolleginnen und Kollegen am Vortag vielleicht gemacht haben. Und früher war es dann auch so, als ich selber noch programmiert habe, ich habe dann immer den Roboter angeschaltet und der Roboter bootet dann, kommt dann auch mit so einer Bootmelodie, wie man es kennt, von so einem Computer. Aber unsere Roboter sagen dann auch sogar gleich noch, guten Morgen. Wie geht's dir vielleicht sogar so? Schicker Pulli. Richtig. Und wenn Mittagessenzeit ist, sagt er natürlich in Bayern Mahlzeit. Großartig. Aber so ist er, so fängt ein Tag an und so geht man durch den Tag mit dem Roboter. Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich möchte noch mal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Der Schlüssel für große Herausforderung unserer Zeit liegt in der Robotik. Und sofort denke ich, warum sind die nicht schon überall, diese Roboter? Also warum werden die nicht flächendeckend eingesetzt? Also das Problem mit Robotern ist zunächst mal, dass sie sehr, sehr, sehr komplex sind und auch die Aufgaben, die sie lösen sollen, sind sehr komplex. Nämlich eigentlich all das, was wir, du und ich im Alltag machen sollen, irgendwann mal durch Roboter zumindest mal unterstützt werden. So. Und Roboter können mittlerweile recht gut Aktionen planen, ausführen, aber dann machen sie auch relativ oft Fehler und das Behandeln von den Fehlern, das ist relativ kompliziert, weil man kann sich für eine Aufgabe überlegen, welchen Zweck sie erfüllt. Das ist ziemlich einfach. Einschenken, Wasser ist danach in der Tasse oder im Glas. Aber was passieren kann, also welche Fehler passieren können, ist ungleich viel mehr. Und diese Komplexität zu beherrschen, ist aktuell noch eine der großen Schwierigkeiten für Roboter. Und das Zweite ist, diese Roboter müssen auch in Situationen zurechtkommen, die für sie unbekannt sind, in unbekannten Umgebungen mit unbekannten Objekten. Und im Moment ist es so, dass Roboter oft oder meist in bekannten Umgebungen agieren. Industrierobotik, klassisches Beispiel. Jeder Prozessschritt ist klar definiert, jedes Teil, jedes Werkstück ist genau spezifiziert. Hier ist alles frei. Heute kommt eine neue Tasse, morgen kommt ein neuer Teller, der Roboter kommt in ein neues Haus, muss sich dort zurechtfinden. Das sind Schwierigkeiten, die noch nicht so gut bewältigt werden können von Robotern. Deswegen gibt es hier noch nicht flächendeckt. Was ich daraus mitnehme ist, ja, der Roboter ist schon schlau, aber noch nicht so schlau wie das Wunderwerk Mensch. Gleichzeitig sehen wir ja auch im Bereich KI, dass diese Entwicklung wirklich sehr, sehr dynamisch und schnell ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Entwicklung in der Robotik auch sehr dynamisch gerade vorangeht. Kannst du uns, Daniel, vielleicht so ein bisschen so eine Zeitachse mal geben, wo du zeigst, wo stehen wir derzeit und wo geht die Reise noch hin? Was keine Ahnung, in den nächsten fünf Jahren erwarten? Ja, so eine richtige Zeitachse ist natürlich immer schwierig zu prognostizieren, weil die Entwicklungen ja sehr vielfältig sind und auch sehr dynamisch. Aber man kann, glaube ich, so ein bisschen an den einzelnen Möglichkeiten, die man hat, so ein bisschen prognostizieren. Zum Beispiel fangen wir mal mit dem einfachsten an. Roboterarme kennen wir schon aus der Industrie, auch kollaborative Roboterarme, mit denen arbeiten viele Firmen schon an Fließbändern, an Werkstücken, die eine dynamische Verarbeitung brauchen. Und in Zukunft werden diese Systeme, diese Roboter, Leichtbau-Roboterarme, auch für den Alltag einsetzbar sein. Zum Beispiel für Menschen, die sich nicht mehr so gut bewegen können. Denken wir an Stephen Hawking mit ALS oder Leute mit spinaler Muskelatrophie, auch eine degenerative Nervenkrankheit. Die sind heutzutage mehr oder weniger an ihren Rollstuhl gebunden. Und für die ist auch jede Tür schon ein großes Hindernis, weil sie einfach ihre Arme nicht mehr ausstrengen können, um eine Tür aufzumachen. Hätte man einen Roboterarm an einem Rollstuhl, könnte man damit diese Hindernisse überwinden. Und der Roboter mit aktueller KI kann sogar erkennen, welche Intention der Nutzer hat, die Nutzerin hat, und öffnet dann zum Beispiel, während die Steuerung oder der Nutzer auf eine Tür zu steuert, gleichzeitig die Tür und macht sie auf, sodass man Frau einfach durchfahren kann. Ich glaube, sowas werden wir innerhalb der nächsten fünf Jahre schon haben. Wird es schon auf dem Markt geben, kann man dann auch kaufen. Es gibt schon Roboter ohne diese KI. Die KI kommt dazu und dann wird für diese Personengruppe wirklich auch eine Erleichterung erkennbar sein. Sofort, direkt. Das nächste ist dann mehr Komplexität. Wir werden auch humanoide Roboter sehen. Sehen wir jetzt schon in Werkshallen. Auch hier. Erster Anlaufpunkt, die Industrie. Warum? Dort ist alles bekannt. Jeder Prozess ist bekannt. Alle Schritte sind bekannt. Dort können auch humanoide Roboter heute schon eine Möglichkeit sein, die man einsetzen kann. Allerdings wird auch dort die Entwicklung noch wesentlich länger dauern. Man schaut einfach mal zurück. Wie lange hat es denn gedauert, bis Industrieroboter zu Cobots wurden, die mit Menschen interagiert haben. Ja, mehrere Jahrzehnte. Und auch wenn man jetzt schon Roboter sieht in Werkshallen, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis man die denn eigentlich auch in unserer Umgebung sehen kann. Denn die sind komplex. Die sind um wesentlich komplexer als Roboterarme. Batterieleistung ist auch eine Problematik. Die KI wird sehr, sehr, sehr schnell entwickelt und sich auch weiterentwickeln in der Zukunft. Das heißt, die Fähigkeiten der Systeme werden schnell wachsen. Aber die anderen Probleme bestehen. Das heißt, bis wir Humanoide haben, ich denke, also jedermann dauert bestimmt noch zwischen 10 und 20 Jahren. Okay. Ich greife mir mal diese zehn Jahre von dir direkt heraus. Wie ist denn die Prognose, ich sage mal für das Jobprofil der Robotikforschung, des Robotikforschers, als Forscherin? Inwieweit ist da deine Zukunft gesichert? Ich frage auch so ein bisschen mit dem Hintergrund. Man hört ja immer, KI wird unsere Jobs übernehmen. Das programmiert sich dann irgendwann alles selber und entwickelt sich selber. Können wir da mal in deine Zukunft blicken? Ja. Wie ist die Perspektive? Ja, also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Natürlich ist KI eine Technologie, die an vielen Ecken und Enden Unterstützungsleistung bringen wird und wird auch vielleicht, ja, ich sage mal, das ein oder andere Jobbild verändern. Aber gerade in der Forschung ist es eher wirklich eine Hilfe, eine Beschleunigung für die Wissenschaft. Also wir sehen heute schon, dass KI-Methoden bei der Forschung selber helfen und auch die Robotik an sich natürlich enorm pushen. Das heißt, in zehn Jahren wird die Robotik sich hin zu KI-Robotik weiterentwickeln und der Forschungsalltag wird sich darum, damit beschäftigen, wie diese KI-Modelle, diese Methoden verschiedenster Art auch, klassischer KI, Machine Learning KI, in den Roboter hinein interpretiert werden können. Denn was wir heute von JetGPT kennen, ist das eine Interaktion mit einem System bei JetGPT ohne Verkörperung. Bei Robotern kommt der Körper hinzu. Das heißt, man wird dann die KI im Roboter sehen, wie sie denn jetzt auch den Roboter steuert, wie sie die Bewegung steuert, wie sie aber auch die Mensch-Roboter-Kollaboration ermöglicht. Und das heißt, es wird wahrscheinlich mehr von der Mechatronik weggehen, hin zur KI. Diesen Trend sehen wir heute schon. Aber auch in der mechatronischen Pipeline wird immer, immer mehr kommen. Die Roboter brauchen bessere Aktoren, die weniger Energie verbrauchen, feinfühligere Sensoren. Das heißt, in der Robotik wird die KI ja eine Beschleunigung sein und auch eine wegweisende Technologie werden. Aber die Forschenden an sich, die braucht man erstmal noch, um eben genau dann diese Konzepte zu erforschen. Und genau diese Forschenden sind ja auch hoch gefragt. Also du könntest dir ja wahrscheinlich aussuchen, arbeitest du jetzt in Deutschland, in einem europäischen Land oder weltweit. Warum sagst du, du bist gerne hier unterwegs? Welches Innovationspotenzial hat die Robotik in Europa? Ja, das Innovationspotenzial in Europa ist enorm. Also die ersten humanoiden Roboter sind mitunter auch in Europa entstanden. Auch die ersten Kobots sind in Europa entstanden. Tatsächlich der allererste Kobot, der entwickelt wurde, wurde am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt entwickelt. Von den Kollegen, die vor mir dort waren. Ich hatte das Glück, quasi schon in ein gemachtes Bett zu kommen und diese wunderbaren Roboter vorzufinden, als ich dort anfing. Und auch die Kernkompetenz von Europa sind die kollaborativen Roboter. Also so gut wie alle namhaften Hersteller für Kobots sind zunächst in Europa gestartet. In den USA gibt es gar keine Kobot-Hersteller mehr. In Asien, China, Japan gibt es auch welche. Aber die große Innovation kommt in diesem Segment tatsächlich aus Europa. Das ist ja spannend. Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber also, wenn es so Leute gibt wie dich, go ahead. Genau, ja. Und ich denke, da ist auch noch sehr, sehr viel zu holen. Gerade jetzt auch die Technologien, die in den Laboren entwickelt wurden, kommen jetzt dann auf den Markt, kommen über neue Startups, über Ausgründung, über Tech-Transfer zu den Firmen hin. Um ja dann auch mit den neuen Entwicklungen aus den USA, wo wir jetzt sehr, sehr viele humanoide Roboter sehen, einfach auch mitzuschwimmen. Die Problematik, die ich hier nur sehe, ist, dass man einfach auch mutiger sein muss. Man muss jetzt einfach auch mal aus dem Labor rausgehen und einen Roboter auf den Markt bringen, wenn man damit vorne mitspielen will. Also, in Europa traut man sich nicht so? Man bemüht sich um Förderung aus Europa? Genau. Das sehen wir ganz oft. Firmen haben eine richtig gute Idee, starten hier ein Startup, entwickeln ein System bis zu einer bestimmten Reife. Und sobald ein Startup zum Scale-Up wird, wird es dann ganz schwierig mit der Finanzierung in Europa. Weil, ja, ich denke, die Investoren traditionell, europäische Investoren trauen sich nicht so sehr, Venture-Capital einzusetzen, um einen Startup, einen Scale-Up in den richtigen, vielleicht sogar einen Unicorn zu verwandeln. In den USA schaut man manchmal auf die Summen und wundert sich sehr, sehr stark, wie denn das zustande kommt. Und dann ist auch gleich der Neid da natürlich bei diesen europäischen Firmen. Und die gehen dann in die USA. Und ich glaube, da muss einfach was passieren. Da muss einfach so ein Umdenken stattfinden bei den Firmen, bei den Kapitalgebern, die auch Kapital zur Verfügung hätten, um zu verstehen, dass eigentlich, meiner Meinung nach, die besseren Chancen in Europa sind, um das Geld anzulegen. Okay, also man muss mehr tun. Und diese Brücke, die du mir gerade gebaut hast, möchte ich gerne greifen, denn du tust was. Also du arbeitest nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, sondern auch darüber hinaus engagierst du dich, um das Thema voranzutreiben. Denn du bist aktuell Berater des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und treibst dort genau diese Entwicklungen voran und ermutigst Politikerinnen, Forschende, einfach alle, die in diesem Kosmos unterwegs sind, einfach Gas zu geben. Wie kann ich mir diese Zusammenarbeit mit dem BMWK vorstellen, bei dem, was du uns da so verraten darfst? Fangen wir mal vielleicht von vorne an. Der erste mutige Schritt war, dass die Regierung erkannt hat, dass Robotik ein Zukunftsthema ist und hat damit über den Zukunftsrat des Bundeskanzlers eine Agenda aufgebaut, wie wir Robotik in Deutschland und auch dann in Europa über die nächsten Jahre vorantreiben wollen. Der nächste mutige Schritt war, jemanden wie mich einzuladen, in der Regierung mitzuarbeiten und das Thema wirklich mit sehr, sehr viel Drive zu pushen. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Branche. Das heißt, ich wurde von meinem Institutsdirektor eines Tages gefragt, ob es für mich denkbar wäre, dass ich für eine gewisse Zeit im BMWK, im Wirtschaftsministerium, arbeite, um genau dieses Topic voranzutreiben. Und das fand ich sehr, sehr spannend, auch mal die andere Seite zu sehen. Nicht mehr nur die forschende Seite, sondern auch die Seite, die sich darum bemüht, das Ganze, ja, die Grundlagen dafür zu schaffen. Okay. Also es ist ein Job, der dir viele Einblicke ermöglicht. Natürlich Ruhm und Ehre. Also es wird doch schon beeindruckend, wenn man sagen kann, hey, ich bin Berater, Beraterin der Bundesregierung oder eines Ministeriums. Gibt es sonst noch Vorteile für dich, dass du dich da engagierst? Weil es ist ja auch einiges an Zeit, was du dort mit einbringst. Ja, das ist viel Arbeit, das stimmt. Und dann auch eine Doppelbelastung. Aber es ist wirklich auch spannend zu sehen, wie Leute plötzlich auf einen reagieren, wenn man sagt, ich komme von der Regierung und ich habe hier was anzubieten und es gibt hier eine Möglichkeit, in der Robotik was voranzutreiben. Plötzlich rufen Telefonnummern an, wo man sich erstmal wundert, wer das ist. Und wenn man rangeht, wundert man sich noch mehr, wer denn da plötzlich deine Telefonnummer hat und was von dir will. Und so kommt man an. Leute, die sollten nur in Fernsehtalkshows sitzen. Ja, ganz genau. Solche Leute rufen dann bei einem an und da hat man wirklich auch was von. Also man bekommt diese Kontakte, die man sonst nicht bekommen würde. Und diese Kontakte öffnen natürlich Türen. Ganz genau. Okay, lass uns nochmal den Bogenschlag zurückgehen zum wissenschaftlichen Bereich. Ich habe es kurz in der Anmoderation schon gesagt. Du hast mehrere Auszeichnungen und Preise erhalten. Da möchte ich speziell auf einmal zu sprechen kommen. Und zwar ERC Grant des Europäischen Forschungsrates. Damit bist du ausgezeichnet worden. Für alle, die ihn nicht kennen, ganz kurz umrissen. Was ist das? Ja, also der Europäische Forschungsrat, der ERC, European Research Council, gibt eine Förderung in dem Sinne. Das ist eine Forschungsförderung. Jetzt nicht unbedingt im Preis, aber eine sehr, sehr prestigeträchtige Forschungsförderung, die man eigentlich nur dann bekommt, wenn man ja schon gewissermaßen etabliert in der Community ist und dann aber auch eine wirklich innovative Idee hat, die vorher so noch niemand hatte und auch noch vielleicht noch nicht mal im Ansatz jemand so hatte. Man spricht dann oft auch gerne von so einer Art Sprunginnovation. Die bei mir zum Beispiel das Thema, wie auch ich dir vorher schon erklärt habe, hat, auf Fehler reagieren zu können. Und ja, wenn man so eine gute Idee hat, dann reicht man die beim ERC ein und muss dann durch so einen Prozess durchgehen, der auch relativ schwer umkämpft ist. Also man hat wirklich sehr, sehr gute andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch sehr, sehr gute Ideen haben, mit denen man dann im Wettbewerb steht, um diese Förderung zu bekommen. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich die tatsächlich dann im Endeffekt bekommen habe. Wofür hast du jetzt diesen Grant erhalten? Also was war das Thema, was du eingebracht hast, was so innovativ war? Das Thema meines ERC-Grants ist die Behandlung von Hardware-Fehlern. Also wenn ein Roboter gerade auf dem Mars ein Hardware-Problem hat, ist es oft das Ende des Roboters. Und Roboter sind aber eigentlich gar nicht mehr so anfällig für Fehler, weil die sind sehr redundant. Also zum Beispiel ein humanoider Roboter hat direkt mal zwei Arme. Die Frage ist nur, wie kann ein Roboter verstehen, dass er diese Redundanz hat, ohne dass man es ihm direkt einprogrammiert? Und wie kann ein Roboter verstehen, wie er die Redundanz ausnutzt? Und wie kann er auch verstehen, dass diese Redundanz, wenn sie denn jetzt zum Einsatz kommt, zwar gut für ihn ist, also er kann noch bestimmte Aufgaben lösen, aber manche vielleicht auch nicht mehr. Und was ich mir dann überlegt habe, ist ein Ansatz der Kognitionswissenschaften, und zwar Metakognition. Ich habe vorgeschlagen, Metakognition zu nutzen, also Kognition über die Kognition. Denken, überdenken, damit der Roboter dann ein eigenes Verständnis davon bekommt, welche Fähigkeiten er hat und welche Fähigkeiten er für welche Aufgabe nutzen kann und welche Fähigkeiten einem noch übrig bleiben, wenn bestimmte Merkmale, zum Beispiel Gelenke, ausfallen. Und auch über die Zeit, wie kann das Ganze optimiert werden? Da sind dann auch ganz neue Ansätze mit integriert worden. Das heißt, ich habe auch beschrieben zum Beispiel, dass man auch diese neuen generativen Modelle einsetzen könnte, aber auch in Verbindung mit digitalen Zwillingen, auch eine Technologie, die aufstrebend jetzt in Zusammenarbeit mit KI ist. Und die Hoffnung besteht, dass man dadurch eben die Laufzeit von so einem Roboter, der auf einem Mars arbeiten soll, wesentlich verlängern kann, auch wenn er mal einen Hardwarefehler hat. Woher nimmst du diese Ideen? Kommen die dir beim Waldspaziergang oder wenn du segeln gehst oder sitzt du da im Forschungslabor und denkst nach oder liest du inspirierende Blogs? Keine Ahnung. Genau. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal ein kleines bisschen gesprochen. Du hast es gerade schon verraten. Segeln ist so ein Ding, was mir die Möglichkeit gibt, auch mal den Geist frei zu bekommen. Das war das Letzte, was ich so zum Beispiel jetzt auch neu gelernt habe. Und wenn ich neue Dinge lerne und wenn ich mich konzentriere auf eine neue Fähigkeit, dann kommen ja oft auch irgendwie super innovative Neuideen für meine Arbeit, weil das ist eigentlich mein erstes Hobby, ist meine Arbeit. Aber zum Beispiel, ich gehe auch gerne tauchen. Und wenn ich tauchen gehe, dann bin ich abgeschottet vom Rest der Welt. Ich konzentriere mich auf meine Geräte. Ich konzentriere mich auf meine Umwelt. Ich konzentriere mich darauf, dass ich sicher wieder nach oben komme. Das gehört auch dazu. Aber wenn ich dann so fokussiert bin, dann merke ich ganz oft, dass meine Gedanken irgendwann anfangen, so ein bisschen zu wandern auch. Und so im Unterbewusstsein finde ich dann oft Lösungen für Probleme, über die ich schon Wochen und Monate vielleicht grübele. Und ja, dieses Isolierte ist für mich so ein Thema, wo ich sage, okay, im Kontrast zu den ganzen Netzwerken, die ich spanne, hilft mir das Isolierte selbst, mich wieder auf mich zu fokussieren und auf meine Arbeit. Wir schauen uns ja in diesem Gespräch nicht nur an, an was arbeitest du als Wissenschaftler in deinen wissenschaftlichen Themen, sondern auch die Art und Weise, wie du arbeitest und was dich da antreibt. Mich würde mal interessieren, wenn du, egal ob du jetzt für die Bundesregierung arbeitest oder den Grant, über den wir gesprochen haben, so ein bisschen vielleicht wie im Eislauf mit der A- und B-Note, wie wichtig ist die B-Note? Ja, klar. Also der Antrag ist das eine, aber die, ja, wie du sagst, die B-Note ist das andere. Und ich hatte es ja auch gerade schon erwähnt, man muss die Fähigkeit haben, eine Idee sehr, sehr gut rüber zu bekommen. Man braucht so eine gewisse Affinität Richtung Entrepreneurship. Man muss wirklich innerhalb von einer sehr kurzen Zeit eine sehr komplexe Idee sehr gut rüber bekommen. Und ich glaube, das skaliert dann auch eben auch zu einem Startup hin. Also wenn ich mir das überlege, das sind die gleichen Skills, die man da braucht. Das heißt, ja, genauso gut hätte man diesen klassischen Elevator-Pitch hier sich vorstellen können. Das heißt, ich gehe irgendwie aus, ja, vordefinierten Zufällen mit einem CEO, mit einem CTO in den Aufzug, mache kurz mal eine Mappe auf und sage mal, das müssen wir finanzieren und ich brauche 100 Millionen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht so der nächste Schritt wäre. Okay. Was gehört noch in dieses Toolset des Erfolgs für jemand wie dich da mit rein? Also ich nehme jetzt raus, Pitchfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, nur Arbeit allein im stillen Kämmerlein öffnet noch nicht die große Karriere vielleicht. So im Jahr 2024 ist das, was ich so raus mitnehme aus dem Gespräch mit dir. Wie ist das mit Netzwerk? Weil auch da habe ich so im Kopf, du hast gesagt, Hashtag die Zusammenarbeit mit dem Ministerium, dass das für dich auch toll ist, weil du halt neue, ich sage mal, Kontaktmöglichkeiten dadurch bekommst. Wie wichtig sind Netzwerke? Und hast du das gezielt aufgebaut oder ist das so on the run entstanden? Also ich glaube, Netzwerke sind heutzutage sehr, sehr wichtig. Vielleicht sogar noch wichtiger als vor zehn Jahren, weil vor zehn Jahren waren die Robotics-Community ja schon verknüpft, klar. Aber man konnte auch in seinem eigenen Labor schon relativ viel alleine machen. Aber da die Komplexität immer mehr steigert, die Robotik wird immer komplizierter, es kommen immer mehr Felder hinzu, jetzt die KI, das nächste ist die Kognitionswissenschaften, braucht man einfach ein gutes Netzwerk. Und das Netzwerk kriegt man nicht einfach so. Also man muss sich dann schon irgendwo auch zeigen und blicken lassen und muss auch mal dann eben seine Idee irgendwo vorstellen. Das passiert auf den Konferenzen. Das machen wir mehrfach im Jahr, dass Wissenschaftler eben ihre Arbeiten irgendwo vorstellen. Umso fleißiger man ist, umso mehr kriegt man diese Möglichkeit. Es ist auch wichtig, dass man gerne, dass man auch mal vorgeschickt wird. Das ist was, was ich auch ganz gerne jetzt öfters mal mache, dass nicht immer nur ich einen Vortrag halte, sondern dass ich mal eine PhD-Studentin oder einen PhD-Studenten irgendwo hinschicke und dass die das dann auch ihr Netzwerk aufbauen. Weil Robotik ist auch irgendwie ein Marathon. Man muss das über sehr, sehr viele Generationen vorantreiben und alleine wird man es schon mal gar nicht schaffen. Das heißt, Netzwerke super wichtig. Lass mich mal was Konkretes rausgreifen. Du warst ja auch auf dem Netzwerktreffen der Jungwissenschaftlerinnen der Stiftung Werner von Siemensring. Da hast du eine Führung durch das DLR geleitet. Wie gehst du das an? Bereitest du dich davor oder sprichst du mit den Leuten viel, die da zu Gast sind? Also wie kann ich mir sowas vorstellen? Das ist ja auch wieder ein Netzwerk, aber auf eine andere Art und Weise. Genau. Also die Werner von Siemensring Stiftung ist ein hervorragender Anlaufpunkt, um ein Netzwerk auszubauen. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich hier in diesem Netzwerk bin. Denn zum Beispiel beim Netzwerktreffen von vor ein paar Wochen ist das persönliche Ergebnis für mich mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Möglichkeiten für ein neues Projekt in einer Art von Forschung, die ich vorher so in der Art noch nicht gemacht habe. Mit neuen Anwendungen, mit neuen Methoden. Also sehr, sehr spannend. Und das war, ja, klar, natürlich, wenn man dann als Gastgeber so auftritt, dann kommen die alten Jungwissenschaftlerinnen und auch die neuen Jungwissenschaftlerinnen auf einen zu und kommen so ins Gespräch. Wir hatten da zum Beispiel dann durch unsere Labore durchgeführt, unsere Raumfahrtrobotik gezeigt, unsere Factory of the Future, Medizinrobotik. Aber auch die Methoden, die ich entwickelt habe damals mit an unserem humanoiden Roboter, der aus dem Weltall gesteuert wird. Und hatten dann sogar auch noch die Möglichkeit, bei unseren Schwesterinstituten vorbeizuschauen, um uns mal anzuschauen, wie dann die Hochfrequenztechnik funktioniert. Und dann sogar noch bei OHB, wo man auch so einfach nicht unbedingt reinkommt. Die sind zwar auf der anderen Seite von unserem Zaun, aber als Firma doch dann eher ein bisschen verschlossener als eine öffentliche Einrichtung. Und so kommt man natürlich an sehr, sehr gute Kontakte ran. Auch die Ringverleihung, die ja im Dezember wieder stattfinden wird, ist ein hervorragender Punkt, wo ich immer gerne hingehe, um mit den Persönlichkeiten zu sprechen, die dann vielleicht später irgendwann auch einen Nobelpreis bekommen. Wer weiß. Also was ich bei dir raushöre, ist, dass du auch Wert legst auf diverse, vielfältige Kontakte mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, Jungwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, im Bereich Politik, mit Verbänden, mit Stiftungen. Gibt es sonst noch Kontakte, die gerade spannend für dich sind? Also ich glaube, wo mir gerade noch so ein bisschen die Kontakte fehlen, sind hin zu Industrie. Jetzt würde ich ganz gerne mal zum Beispiel mit den Leuten sprechen, die, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Nvidia jetzt die Robotik vorantreiben. Tatsächlich, ja, den würde ich jetzt sogar schon kennen, wer das macht, aber vielleicht auch bei diesen neuen Startups aus den USA mal mit den Leuten sprechen. Gerne auch mal mit Elon Musk, ob er denn wirklich denkt, dass in drei Jahren überall Roboter rumlaufen werden, so wie er es immer prognostiziert oder ob das eher so Marketing ist. Also ich glaube, das ist so. In die Richtung würde ich jetzt ganz gerne auch mal weitergehen. Also, Elon, nutz deine Chance. Daniel hat gerade kurz Zeit für dich und würde sich gerne mit dir austauschen. Nein, also natürlich können Sie sich auch gerne melden bei Daniel. Das nehmen wir gerne auch als CTA, als Call to Action hier mit. Daniel, wir haben viel von dir gelernt. Und lass mich die Frage einmal umkehren. Thema lebenslanges Lernen, was ist das Letzte, was du gelernt hast? Also das Letzte, was ich gelernt habe, ist tatsächlich Nein zu sagen. Mit meiner Doppelbelastung, die ich dir vorher erzählt habe, ist es so gewesen, dass ich irgendwie auch ganz viele Projekte loslassen musste. Und da ich in der Vergangenheit jemand war, der oft zu allem Ja gesagt hat, hatte ich wirklich sehr, sehr viele Projekte angesammelt. Und dann ist es mir ein bisschen schwer gefallen, da ein bisschen was loszulassen und abzugeben. Aber ich muss sagen, das ist wirklich was, was ich auch jedem ans Herz lege, mal den Mut zu haben, zwei Wochen lang keine E-Mails zu lesen, in Urlaub zu gehen. Und es wird schon nicht so schlimm sein. Und dadurch, dass ich halt viel abgegeben habe, waren es dann wirklich auch nur 160 E-Mails nach meinem Urlaub, die ich noch abarbeiten musste. Okay, Priorisierung. Ganz genau, Priorisierung. Das ist das, was ich uns letztens gelernt habe. Priorisierung als goldener Schlüssel zur Exzellenz. Das nehmen wir gerne mit, diesen Tipp. Lass uns mal in die Zukunft reisen. Wir haben jetzt viel geschaut. Was hast du bisher gemacht? Was ist derzeit bei dir los? Ich drehe mal das Rad der Zeit nach vorne. Wir sind im Jahr 2034. Wie sieht deine Welt aus? Du hast gesagt, deinen Job gibt es noch. Du wirst noch weiter daran arbeiten. Hast du irgendein Bild für uns, wie du dir das vorstellst, dein Leben? Dann bist du hier, bist du noch in Norddeutschland? Also ich bin garantiert noch in der gleichen Community. Ich werde weiterhin in der Robotik sein. Und zwar dort, wo die Musik spielt, ganz vorne mit dabei. Also das ist auch so irgendwie so mein Ziel, dass ich wirklich auch das mitgestalten will, das Feld, auch in der Zukunft. Hier oder dort, vielleicht auch mit einem zweiten Bein in der Wirtschaft, vielleicht mit einem zweiten Bein in der Akademia, aber garantiert auch noch mit dem Netzwerk, mit den Leuten zusammen, die mich jetzt auch so lange begleitet haben, die mich mitgetragen haben, die mich unterstützt haben. Das wird auf jeden Fall auch der Schlüssel sein für den Erfolg, für das Ziel, das ich in zehn Jahren habe, wirklich ganz vorne in der Robotik mitzuarbeiten. Also ich habe unheimlich viel von dir mitgenommen, durfte viel lernen von dir in diesem Gespräch, Daniel. Was mir in Erinnerung bleibt, ist auf jeden Fall, Robotik ist das Hot Topic der Zukunft. Da wird sich eine Menge tun. Also wir möchten gerne alle motivieren, sich da mal auszutauschen oder sich vielleicht auch mit dem Gedanken zu beschäftigen, sich dort mehr zu engagieren. Wir müssen mutiger werden in der Robotik. Da bist du schon ganz aktiv dran, dass wir da besser werden. Und ganz wichtig, diese soften Faktoren. Das hören wir ja auch immer wieder, welche Skills sonst in der Wirtschaft gefragt sind. Es sind immer mehr softe Faktoren, nämlich Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Kreativität. Das nehme ich raus beim Segeln. Einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen, den Kopf leer machen, auf ganz neue Ideen kommen. Und wirklich sich auch als Mensch weiterentwickeln und nicht nur als Superbrain. Können wir es so auf den Punkt bringen? Genau, ich glaube, das ist wichtig. Sich als Mensch weiterentwickeln, zusammen mit den Methoden, zusammen mit der Forschung, einfach mitlaufen, mit Lenden, also mit dem Strom mitschwimmen. Und Freude bei der Arbeit. Richtig. Daniel, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute in der ersten Folge dabei warst, unseres Zukunfts-Podcasts. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wirklich, wirklich spannend. Ich bin schon gespannt auf die anderen Themen. Tschüss, Daniel. Ciao. Das war Ring der Zukunft, der Podcast der Stiftung Berner von Siemens Ring. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, teilen und empfehlen Sie ihn gerne weiter. Und Sie finden uns übrigens auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf der Seite der Stiftung Werner von Siemens Ring, siemens-ring.de Und wer jetzt sagt, Mensch, das war ja total interessant, von solchen inspirierenden Projekten und Persönlichkeiten möchte ich gerne mehr wissen, schauen Sie doch einfach mal in die Shownotes. Dort finden Sie Links, in denen Sie mehr über die Arbeit der Stiftung und die Förderung von Talenten der Technikforschung erfahren können. Ich bin Carmen Henschel. Ich freue mich wirklich sehr, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei Ring der Zukunft, der Podcast der Stiftung Berner von Siemens Ring.